hallo und herzlich willkommen zurück die armee ich wusste wir würden sie früher oder später sehen so komm hol ihn unterwegs bestätigt machen wir mal zwei schüsse okay das geht nicht unterwegs probieren feind warm sehr gut bestätigt wir haben besucht die drenners ich brauche eine ablenkung wie grässlich wo bleibt die würde bereit machen sie sind hier noch einer weg gesnipert ja geil verstanden was war das hallo ja runter ja und runter ja und runter er schießt du kann nicht schießen daneben ja was ist los mit dir in ordnung das wird knapp der ist ja richtig verletzt erwarte befehle ja ausgeschaltet hast du einen plan erwarte befehle bereit na klar ordentlich in knien erwarte befehle bereit aber bereit für neue fox bin dran schnell dahin die armee ich wusste wir würden sie früher oder später ich bin getroffen ich bin getroffen ich bin getroffen fack ja wieder runter 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 ja bereit für neue ufer verstanden in ordnung leg mich doch am arsch ich bin getroffen was nun ja gut brauche unterstützung warum schießt er außerhalb des richtigen ist okay 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 verstanden jawohl fuck das war's scheiße nehmen wir mal den hier mist feind feind erwarte befehle okay ein weg gesnipert okay bin dran unterwegs bitte feind sehr gut in ordnung den auch noch wir haben gesellschaft besuch die drenners männer sind hier ich bin dran komm den holst du dir aber alle mann angriff wir haben besuch die drenners männer sind hier sie checken ein aber nicht wieder aus unterwegs verstanden kristin dann hol dir mal den verstanden so viele brauchst du nicht da kann ich nicht länger durch mhm das hat weh getan mhm alle mann angriff in ordnung getroffen fuck wie lange zielst du schon okay gar nicht mehr was war das shit ja shit wir müssen wachsam bleiben es sind noch feinde in der nähe erwarte befehle hab verstanden was du ich muss hier raus ich werde immer besser mhm ich hab was gehört jetzt aber schnell auf ich wer ist denn jetzt schon wieder tot ich bin dein ticket in den und leck mich am arsch na klar liquidiert sehr gut bereit für neue ufer getroffen scheiße ah shadow ist tot fuck ah man ich hab's jetzt gerade erst gesehen mist vielleicht muss ich shadow anders platzieren mhm geh mal hierhin verstanden irgendwie da so bin dran verstanden verstanden der ist viel zu sichtbar so ne kacke verstanden wenn er dahin geht ach naja ok wir speichern nochmal bestätigt verstanden halt nur nachladen wir haben besuch die drenners männer sind hier ich mach jetzt einfach mal hier treffsicherheit hoch auf 94 in ordnung verstanden mach mal drei schüsse bitte wir wissen was sie da sind wir müssen sie nur finden alle Mann angriff wie grässlich wo bleibt die würde ok ja und zack ziel neutralisiert schon erwischt das waren sicher nicht alle von dir drenners männer und schnell wieder runter erwarte befehle mhm bereit bin dran verstanden wow komm noch ein stück bitte mhm unterwegs bin dran verstanden verstanden hoffentlich schafft die das in ordnung hat der einen sniper sieht aus wie ein sniper zumindest ne alter sind nur noch drei stück die schaffe ich ja wohl jetzt komm schon du bist gleich da wir dürfen shadow nicht verlieren ist das ne drecksstraßensperre hier die ist so kacke brauche eine sekunde zum luft holen ja du kannst gleich genug luft holen und das war's wieder fuck scheiße das ist echt Mist ey ach guck mal jetzt kann ich die Punkte von shadow gar nicht mehr verteilen erwarte befehle äh wo bin ich denn hier jetzt äh hier versuch mal den hier wegzuballern bin dran verstanden oh fuck alter bin unterwegs warum triffst du den nicht da sind feinde jetzt hat er bereit machen sie sind hier bin dran bin dran wie grässlich wo bleibt die würde ok die sind da hinten ok hast du den auch nein 1 2 3 4 ok die haben mich auf jeden Fall noch nicht bemerkt die sind noch nicht in Alarmbereitschaft oder marschieren auf mich zu oder sonst was los Kampfhandlung beenden ich bin auf einem guten Weg erstmal die mit erwarteter Schaden 100% die ich sofort ausknitzen kann der müsste weg hier ist jetzt die Kampfhandlung mal beendet oder immer noch nicht mal los komm schon jetzt aber sehr gut so jetzt möchte ich mit deinem Kopf bestätigt ah man wir haben Gesellschaft habe Feindkontakt bin dran verstanden scheiße jetzt wird er geheilt Feind erwischt sehr gut bereit machen sie sind hier Lärm hmm hm 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 wir müssen wachsam bleiben es sind noch Feinde in der Nähe sehr gut mhm ja Nein. Ähm, Tor. Einmal ducken und dann nachladen, bitte. Ja. Oh, der muss weg. Unterwegs. Verstanden. In Ordnung. Ah, fuck. Was nun? Verstanden. Okay. Ja, gut. Okay. Verstanden. Ich verstehe. Okay. Das wird knapp. Scheiße. Wie grässlich. Wo bleibt die Würde? Bestätigt. Feind. Ja, weiter, weiter. Wie grässlich. Wo bleibt die Würde? Kampfhandlung beendet. Sehr gut. Ah, wir haben ihn. Ja? Bereit für Action. Ähm. Hm? Ich marschier jetzt einfach mal drauf los hier. Ja, gut. Seht mal da. Da ist irgendwas. Was liegt da? Was war das? Seht mal da. Ja? Mhm. Bin dran. Was nun? Verstanden. Was nun? Habe verstanden. Da ist irgendwas. Ihr seid wieder richtig clever hier, wa? Was macht ihr denn da? Ich war da. Ist das doof, oder was? Ich verstehe. Hallo. Hm? Verstanden. Getroffen. Ja? Unterwegs. Hä? Ja? Alles klar. Ja? Bin dran. Ja? Was nun? Okay. Nee, Quatsch. Tor. Alles klar. So, und dann so. Yes. Ja. Verstanden. Mhm. Erwarte Befehle. Endlich habe ich diese scheiß Straßensperre hier, ey. Meine Güte. Erwarte Befehle. Das war wieder so ein richtiger Kampf. Munition. Ich verstehe. Alles klar. Was haben wir denn hier? Warte, was haben wir denn da? Schon unterwegs. Obwohl, die Schrot-Munition hättest du mitnehmen können, ne? Okay. Alles klar. Die tüten wir mal ein. Jawohl. Eine Sonnenbrille. Okay. Die ist bei Nacht nicht so clever, ne? Okay. Ja? Hast du einen Plan? Nein, habe ich nicht. Ich verstehe. Alles klar. Ich habe keinen Plan. Hatte ich schon mal irgendwann einen Plan? Was habe ich denn hier gekriegt? Bobby Ray wieder? Oh. Ihre Nachricht war sehr motivierend. Ich habe langsam Hoffnung, dass unser Vorhaben doch nicht so... Blablabla, 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 blablabla. Okay. Ja, gut. Schon unterwegs. So, Jungs. Ihr seid die Auserwählten. Ich habe aber leider nur zwei Knarren. Sorry. Ich verstehe. Schon unterwegs. Sonst gibt es auch hier nichts, ne? Scheiß, ganz ehrlich. Scheiß, egal. Ich habe die Straßensperre endlich. Oh, wie geil das ist, ne? Ähm. Einmal noch umgestürzter Laster, bitte. Okay. Standort wird angegriffen. Ah, ich habe schon wieder was vergessen. Ah, egal. Egal. So. Unser tägliches Brot grüßt uns heute. Wie geht's weiter? Alles klar. Alles klar. Scheiße, hier liegt ne? Grunti ist level up. Grunti. Geht zum Ziel, Robert. Ja, 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 zielen. Hm? Hm? Alles klar. Ja. Roger. Oh, Junge. Oh, der ist wieder voll. Ein Geräusch. Hier ist kein... Oh. Ich habe vergessen, hier diesen hier zu aktivieren. Hallo. So. Wie geht's weiter? Und so. Ähm. Zack. Okay. Okay. Ich höre, dass ich die Geräusche. Überhört meine Überrichtung nach Rusland. Boah, alter. Ruckelrummelrummel. Fuck. Ein feindlicher Agent. Okay, das können wir nochmal laden. Das war... Das war gar nichts. Das war ein Satz mit X. Alles klar. Wie geht's weiter? Halt. Ja. Fein. Ich höre, dass ich die Geräusche, ja. Hm. So machen wir's. Sehr, Alter. Löffende Familien! Hallo? Achso, leer. Ich kann nicht schießen. Wie geht's weiter? Okay. Für dich sehe ich gar nichts. Oh! Angegriffen! Hier drinnen! Alle, Alter! Kommen! Oh, Scheiße! Wir müssen wachsam verreten! Wir drücken eine Box ab! Fuck. Ladehemmung! Zu befehl! Los geht's! Feindlicher Agent! Tod bestätigt! Jawohl! Zu befehl! Oh! Uh! Okay! Scheiße! Scheiße! Ah, und er ist tot. Mein Auftrag ist erledigt! Ähm, wir gehen hierhin. Ich mach jetzt das, was ich vergessen hatte. Trupp am Ziel angekommen! Ähm... Trupp am Ziel angekommen! Äh, Foxy. Foxy hat Level Up. Bestimmt, wie weit ihr Charakter hören und sehen kann. 88 reicht eigentlich, ne? Komm, die soll ein bisschen schießen. Medizin reicht eigentlich auch. Meiner Meinung nach. Foxy... Verstanden! Was nun? Was ist denn da drin? Da ist etwas! Wo denn? Oha! Ja, hier. Da ist etwas! Okay! Alles klar! Bereit für neue Ufer! Ich verstehe! Ich verstehe! Eine fast kaputte. So. Erstmal möchte ich nie hier. So. Und jetzt gehen wir hier nochmal hin. Lalalala... Trupp am Ziel angekommen! Trupp am Ziel angekommen! Weil hier... muss irgendwo dieser Kack... Äh... Helikopter von Skyrider sein. Ich wollte hier nur nochmal so ein bisschen durchgucken. Irgendwo muss der hier sein. Aber wo? Das ist hier die Frage. Hä? 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 warte mal wie hieß die mission denn nochmal der muss doch hier sein missionsziele himmlische diamanten finden sie die abschlüsselte von hubschrauber nahe einer farm westlich von cambria beschaffen die diamanten nach einer farm in cambria wir sind doch in einer farm von cambria hier ist die farm hier ist eine scheiß mine ich sehe aber nirgends wo ein scheiß helikopter hier ich verstehe da ist er war finden mal hier ist etwas jawohl das diamantenbeutel ja gut flughafen von drassen wollen wir mal ein feindlicher trupp nähert sich einem donnerstand auch sieben stammt aufwärts angegriffen also das mit diesen cambria angriffen das ist schon echt mega ätzend ne gucken schaffe ich das noch in dieser folge ich glaube nicht manche materialen sind nicht stark genug bla 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 treffen können grunty du gehst dahin da hinten du gehst dahin na jawoll zack und zack ja da du gehst dahin zack und zack beide natürlich erstmal vor dem einander wie gehts geiter keine fuck granaten mehr hier ich weiß nicht warum ich die jetzt rübergegeben hab keine ahnung er ist tot und das geht fahr in jawoll jawoll die sind gegriffen die dürfen nicht durchkommen und schildende waffe hat nicht funktioniert werden angegriffen ja runter zack so machen wir nicht nachgehen ich bin getroffen nicht durchkommen komm schon komm schon komm schon wir müssen wachsam bleiben die verräter sind noch hier die 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 er eine scheiße oh wie überlebt der noch oh shit hier ist grunty ich bin in gefahr fuck Medizin 27 Spritze ist noch da Kann man noch schlafen Ja Ja, 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 ja Weiter, 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 weiter Ziel ausgeschaltet Spritze Hab ihn Und tot Fuck, interessant Job erledigt Wie geht's weiter jetzt? Die beiden hier, ne? Ja Die machen es mir echt nicht leicht Granate Scheiße, ey Ja gut, äh, ich mach hier einen Cut Und, äh, wir beenden diese Folge für heute Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis bald Tschau Tschau Vielen Dank.